Hallo Freunde, willkommen zurück zu Zelda. Beim letzten Part habe ich ja zum Abschluss nochmal Mist geschrien. Ja, das Ganze hatte damit zu tun, mir ist eingefallen, für das nächste Dungeon brauchen wir 110 Rubine. Die hatte ich nicht, ich hatte so 60. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe hier offscreen ein bisschen im Gras Rubine gefarmt. Ich bin also immer so durch die Wiese gerannt. Das wollte ich euch ersparen, ein Part mit Rubinefarm. So, aber jetzt können wir uns zum Dungeon aufmachen. Da es auch gleich hier vorne ist. Komm, du stirbst mal. So, hier noch um die Ecke. Und dann da oben rein. Treffen kann ich mal wieder wie eine Eins. Oh, ein blauer Rubin, den will ich haben. Danke. So, wo ist jetzt denn das... Ups, voll reingerannt. Äh, hier bin ich irgendwie falsch. Ne, das ist auch falsch. Das ist sogar ganz falsch. Da, wo der Pfeil ist, da ist richtig. Zack, hier durch. Wofür ist die Stelle da vorne so markiert? Kommt man da irgendwie hin? Das interessiert mich jetzt. Ich weiß zwar nicht, ob da was ist, aber ich will danach sehen, ob da was ist. Packen wir mal eben den Spiegel aus. Stellen uns auf die Stelle. Und... Ja, da ist eine Treppe. Wow. Das hat sich gelohnt. Mh, mh, mh. Erschreck mich nicht so jung. Also machen wir uns auf zum Dungeon. So, hier durch. Jung, du stirbst. Und gibst mir noch ein Rubin. Ähm, äh, hüp. Ach, Mann. Ich fall doch auch immer wieder drauf rein. Das geht natürlich hier oben rein. Dann da runter. Hier hoch. Hier hoch. Und da ist der Affe. Mh. Ja, hier hast du sie. Zack. Als ob Schneider. Boah. Boah. Jetzt ist der Affe weg. Boah. Oh, wir haben ihn wieder. Boah, da will der wieder. So, jetzt auf gar keinen Fall nochmal treffen lassen. Ich hab nicht keinen Bock nochmal zurück zu gehen und nochmal Rubine zu farmen. So. Ja, sei so nett. Zack. Und machen wir das Dungeon auf. Jo, wir haben zwei Wege zur Auswahl. Wir probieren als erstes den Rechten aus. Ups. Tot. Hm, was haben wir denn hier? Ö, bomben. Ausweichen. Bomben, ausweichen. Okay, man sollte auch treffen. So, reinladen. Lala, lala, lala. Wieso konnte er mich treffen? Trudel, du, du, du. Pfeil und Bogen. Jung, schießt nicht auf mich. Hier schießt sowieso nicht. Tür offen. Sehr schön. Oh, der nette Part. Ich ran natürlich voll rein. Oh, die Karte, wie schön. Oh, Löcher in der Wand. Bomben. Habt ihr Herzchen. Oh, Feen. Zuck, zuck. Nimm mich immer gern. So, nochmal sterben. Zack. Und ne Kiste. Ein Schlüssel, sehr nett. Ja, mehr können wir hier nicht machen. Also, wieder zurück. Aus dem Weg. Ha, 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 ha. Sie ist heute auch nicht gerettet. So, reinladen. War da unten noch was, ne? Höp, du bist tot. Schieben wir mal die Säule weg. Was war da drüben noch? Hm, gucken wir da auch mal nach. Ach, Mensch. Hier bitte, für dich. Danke. Was, die schießen automatisch? Das ist hässlich. Oh, einen zweiten Schlüssel. Zack, wieder daneben. Jetzt haben wir aber beide Wege abgekundschaftet. Oh, die Statue können wir nicht verschieben. Dann muss hier irgendwo ein Schalter sein. Oh, da kann man die wegziehen. Nee, hier ist ein Schalter. Zack. Ja, die können wir noch nicht kaputt machen. Wir gucken uns wieder erstmal den rechten Weg an. Der uns wieder einen Schlüssel anbringt. Wie nett. Zack. Die Tür ist zu. Der stört nur. Oh, ich weiß, was hier passiert. Da vorne war die große Kiste. Wow. Jungs, unterlass dir das mal. Danke. Und eine Kiste. So, was haben wir hier unten noch? Eine Sackgasse. Einen Toten. Und einen Schlüssel. Bin ich etwa falsch gelaufen? Oh ja, ich bin falsch gelaufen. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Wie geht das aus? Oh. Mh, ähm. Gucken wir ja auch mal wieder rechts unten. Oh, Rubine. Sehr nett. gehen wir mal aus dem weg und ein kleiner Schlüssel aber da drüben waren auch noch Rubine die will ich auch noch haben oh, ein Pfeil lasst mich da durch und das war es dann hier dann gucken wir mal wo geht es hier lang auch nur Rubine so, jetzt sind wir wieder hier springen wir mal hier runter zack schubsen die mal da runter mal gucken was hier ist da vorne will ich hin das heißt wir müssen nach unten irgendwie kommen ich glaube ich weiß auch schon wie da brauchen wir mal den Bumerang für oh, nein das Ding stört der stört auch du störst so, jetzt können wir hier rein aber ich glaube hier geht es nur zum Boss hin ich muss mal auf die Karte gucken ja, da drüben geht es nur zum Boss hin da oben sind noch zwei Türen wo will ich überhaupt hin ja, ich möchte da unten ist noch ein Gang ich muss mal eben was ausprobieren ich habe keine Ahnung wo wir hin müssen nicht den Bumerang werfen so und hinab oh ja das sieht schon richtig aus ja das sieht schon sehr richtig aus da unten oh ja und wie richtig das aussieht so der große Schlüssel hätten wir das auch mal oh, das hätte viel schneller gehen können rein in den Raum und fertig wäre es gewesen naja muho hätten wir mich beinahe nicht jetzt müssen wir erst wieder zurück in den einen Raum ach nee das wird eine Lauferei ja und der Schalter ist natürlich falsch rumgestellt das heißt ich komme da jetzt ohne Probleme so gar nicht ich kann die auch von hier unten kennen ach nee so jetzt stirbt ihr aber du fliegst mal da runter du fliegst auch mal da runter oh sehr schön und funktioniert das hätte viel schneller gehen können so wieder hier durch so wieder hier durch nicht richtig nein aber ich glaube ja hier sind wir richtig sehr schön Bombe dahin und die Große und da haben wir den Hammer sehr schön und jetzt können wir eigentlich hier nebenan direkt in den Raum und dann ab zum Boss was macht ihr denn da Link lauft schneller war doch hier oder nein war nicht hier ähm das hier war auch falsch nee das war richtig ach kommt lasst mich da einfach durch ja doch das war richtig und schon wieder die lustige Musik spiele ich heute nicht gut so jetzt können wir da durch ach nee schon wieder die treffe ich den nein tue ich nicht mache ich erst die beiden fertig weil die schießen wenigstens nicht mit Feuer auf mich oi das ist peinlich zwei Feen verballert ach so ja die habe ich mir im übrigen eben auch beim Farmen von Rubinen eingesammelt boah würdest du jetzt mal bitte sterben danke oh mach mal das auch mit fein huah ich sollte etwas vorsichtiger spielen ich spule das mal eben das dauert nämlich viel zu lange ja jetzt brauche ich den hammer den hammer hammer dreh dich mal bummerang zum glück den schlüssel hatte ich noch hammer komm her und geh drauf ich will jetzt keine Rubine mehr ich will Herzchen so erstmal sammeln lassen oh das sind mir das sind mir das sind mir eindeutig zu viele die haben einen Vorteil die müssen nicht aufpassen wo sie hinlatschen so ihr seid tot ihr auch und die jetzt auch ein Herzchen ich glaube es nicht ich glaube es war der nein dann war es der ja hu 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 nochmal die Freaks dreht euch mal danke hu 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 ähm komm mal her tiff 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 ja es hat funktioniert komm mal her danke tiff 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 nein das war viel zu weit weg tiff 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 der dürft ihr hier nein höp höp ja sehr schön ach nein wir brauchen ja bei dem brauchen wir ja was ganz anderes den hammer den hammer und nochmal und nochmal und ach man los los attacke kann ich so nicht treffen und schon ist er kaputt da war das Herzchen und hier sollte hier voller los sag mir deinen text auf dann können wir nicht weiter dark ich danke dir durch dich konnte ich den grausamen monster nennen drinnen bla 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 ja ja mädel die anderen sind auch noch in gefahr die müssen auch noch gerettet werden wenn du so viel erzählst also das hasse ich ein bisschen an an so rpgs text viel text hast du alles verstanden nein ich will es nochmal hören so ich würde dann mal sagen ich bin der darkness wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin bye